noch ist es kosten und in early access haben die eventuell gesagt dass es was kosten könnte okay bin gespannt aber Junge was ist hier los direkt kapriolen alles klar magier ich bin tot ich bin eiskalt tot leute oh mein gott oh mein gott i'm dead oh mein gott i'm dead what the fuck man was ist das für ein spawn Junge bitte 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 nein da ist ein Orga was ist hier los alter ohne witz ich habe noch nie solche kapriolen gehabt wie jetzt noch nie fickt euch alle man wirklich alter ju digga nee oder der Orga ist da okay ich keine ahnung oh mein gott ich werde wahrscheinlich ertrinken jetzt alter man lasst mich doch in ruhe habe ich hier eine stelle zum abhauen bitte ich bin wieder hier im spawn jetzt stirb du drecksvieh mann ich sterbe EHHHHHHHHH